Birgit Schrowange, eine berühmte deutsche Fernsehmoderatorin, hat sich nicht nur in ihrer Fernsehkarriere einen Namen gemacht, sondern diente auch als Inspiration für diejenigen, die Schwierigkeiten im Leben überwinden. Birgit wurde am 7. April 1958 in Neden geboren und begann ihre Fernsehkarriere 1978 beim Westdeutschen Rundfunk, WDR. Mit ihren strahlenden Augen, ihrem strahlenden Lächeln und ihrem hervorragenden Kommunikationstalent erregte Birgit Schnell die Aufmerksamkeit von Zuschauern und Mitarbeitern der Fernsehbranche. Sie begann als Redaktionsassistentin, doch Birgits Karriere beschränkte sich nicht nur auf die Medien. Berufsbegleitend absolvierte sie ein Schauspielstudium und wurde auch als Moderatorin beim WDR tätig. 1983 wechselte Birgit Schrowange zum ZDF, wo sie ihre Rundfunkkarriere bis 1994 fortsetzte. Im Radio wurde sie schnell für ihr »schönstes Lächeln« bekannt und übernahm gleichzeitig eine wichtige Rolle in vielen Sendungen berühmte Programme. Birgit Schrowange ist nicht nur ein Fernsehgesicht, sondern auch eine berühmte Schauspielerin. Sie trat mehrfach als Nebendarstellerin in der Krimiserie »A Case for Two« auf, in Episoden wie »Sometime«, 1987, »Bloody Roses«, 1990, und »Revenge«, 1993. Darüber hinaus übernahm Birgit 1998 die Hauptrolle in der Folge »Schatten im Paradies«, der ARD-Serie »Klinik unter Palmen« und bewies damit seine Vielfalt und Professionalität in der Schauspielkunst. Das Leben von Birgit Schrowange ist jedoch nicht nur voller Glücks- und Erfolgsmomente. Sie musste sich schweren Prüfungen und Tragödien stellen. Einer der bemerkenswertesten Momente in Birgits Leben war ihre Entscheidung, sich zu öffnen und ihre persönlichen Erfahrungen mit der Öffentlichkeit zu teilen. In einem mutigen Moment beschloss Birgit Schrowange, den Prozess der Verbesserung ihrer Schönheit durch Schönheitsoperationen zu enthüllen. Diese Entscheidung löste nicht nur eine Welle der Kontroversen aus, sondern brachte auch Anerkennung für Ehrlichkeit und Mut mit sich. Sie öffnete ihr Herz, teilte der Öffentlichkeit wenig bekannte Aspekte ihres Privatlebens mit und erhielt große Unterstützung von Kollegen und Publikum. Birgit Schrowange ist nicht nur ein Symbol für körperliche Schönheit, sondern auch eine starke und unabhängige Frau, die bereit ist, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen und wertvolles Wissen mit anderen zu teilen. Ihre Fernsehkarriere war eine abwechslungsreiche Reise, von ihren Anfängen als reine Redaktionsassistentin bis hin zu einer der berühmtesten Moderatoren Deutschlands. Birgit Schrowange ist nicht nur im Fernsehen ein bekannter Name, sondern auch eine Frau mit Mitgefühl und Menschlichkeit. Sie hat sich nicht nur wegen ihrer beruflichen Fähigkeiten Respekt verdient, sondern auch wegen ihres optimistischen Geistes und ihrer Fähigkeit, schwierige Herausforderungen zu meistern. Das Leben von Birgit Schrowange ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte im Fernsehen, sondern auch eine Reise voller Mut, Mitgefühl und der Fähigkeit, aus jeder Erfahrung zu lernen. Birgit Schrowange arbeitet, arbeitet und arbeitet weiter, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Sympathie und den positiven Einfluss bei Zuschauern und Fans in ganz Deutschland. Seit Beginn seiner Karriere ist Schrowange gelegentlich auch als Sänger tätig, U.A. mit Isabel Varell. Sie war 2012 in Andrea Bergste 20 Years Show zu sehen. Ein Jahr später veröffentlichte sie mit Simone Tomala ein Cover von Herbert Grönemeyers »Men« auf der CD-Adventure »20 Jahre Andrea Berg.« 2014 war sie in Florian Silbereisens »Das große Fest der Besten« und »20 Jahre Festivals« zu sehen. Bei Silbereisen präsentierte sie ihre Hit-CD mit drei Songs, darunter das Buch »Es darf mal etwas mehr sein«, enthalten. Bonanza war eine äußerst beliebte Fernsehserie, die von 1959 bis 1973 lief. Die Show kann heute noch weltweit in Wiederholungen gesehen werden. Sie folgte dem Leben der Cartwright-Familie, die von Ben Cartwright, dem Vater, angeführt wurde. Ben und seine Söhne führten die Ponderosa Ranch in die Nähe von Virginia City in Nevada und halfen neben der Verteidigung ihrer Ranch auch den Menschen der Stadt. Mit 431 Episoden über 14 Jahre war Bonanza die am längsten laufende Western-Serie in der Geschichte. Obwohl sie vielleicht denken, dass sie alles über die Show wissen, haben die Geheimnisse, die Dan Blocker während der Dreharbeiten zu Bonanza verborgen hielt, einige Fans schockiert. Loren Green war ein kanadischer Schauspieler und Musiker, der die Rolle von Ben Cartwright, dem Vater, in der Show spielte. TV Guide nannte seinen Charakter 2007 den zweitbeliebtesten TV-Vater der Geschichte. Er starb 1987 im Alter von 72 Jahren an den Komplikationen einer Lungenentzündung. Nach dem Ende von Bonanza trat er an vielen TV-Sendungen und Filmen auf. Der Produzent von Bonanza, David Dottard, hatte eine spezifische Vorstellung davon, wie er die Show aussehen lassen wollte. Zu der Zeit hatten die meisten TV-Serien Väter, die töricht waren und von ihren Frauen kontrolliert wurden. David wollte etwas anderes. Er wollte, dass die Menschen Ben als Vaterfigur bewundern, anstatt nur eine 30-minütige Episode zu haben, wie es in jenen Tagen üblich war. Er wollte, dass die Show eine volle Stunde dauert, da er glaubte, dass dies der beste Weg sei, die Charaktere wirklich zu erkunden. Aufmerksame Fans der Show wissen, dass die Charaktere in Bonanza immer die gleiche Kleidung trugen. Indem sie dieselbe Garderobe immer wieder verwendeten, konnten die Filmemacher bei Bedarf Archivaufnahmen nutzen und gleichzeitig die Produktionskosten senken. Trotzdem war Bonanza eine der damals teuersten Serien. Michael Landon ist wahrscheinlich am besten für seine Rolle in Unsere kleine Farm bekannt. Aber zuvor spielte er den Little Joe in Bonanza. Nach einer erfolgreichen Karriere als Schauspieler, Autor, Regisseur und Produzent starb Michael Landon 1991 im Alter von nur 51 Jahren an Krebs. Ursprünglich wurde Michael Landon als Eugene Ralph Landon geboren, aber er wollte einen anderen Namen als Künstlernamen. Als er an einem Telefonbuch nach einem passenden Namen suchte, stieß er auf den Namen Ralph Landon und so wurde Michael Landon geboren. Die Schauspieler der Show konnten nicht nur Schauspielern, die meisten von ihnen konnten auch singen. Die vier Cartwrights trugen zu einem Weihnachtsalbum namens Christmas at the Ponderosa bei. Lorne Green nahm eine Single namens Ringo auf, die in den USA und Kanada ein großer Hit war. Pernell Roberts, der den ältesten Sohn Adam Cartwright spielte, trat nicht nur in Bonanza auf, sondern war auch in über 60 verschiedenen Fernsehserien zu sehen. Nachdem er die Serie verlassen hatte, betätigte er sich auf der Bühne und spielte in anderen Fernsehprogrammen mit. In den 90er Jahren zog er sich aus der Schauspielerei zurück und starb 2010 im Alter von 81 Jahren nach einem Kampf gegen Krebs. Die Zuschauer waren überrascht, als Pernell die Show nach nur sechs Jahren verließ. Diejenigen, die ihn gut kannten, wussten, dass er die Politik und den Mangel an Intelligenz in den Drehbüchern der Show hasste. Obwohl die Show damals hohe Einschaltquoten hatte, sagte er, er wisse, dass er eine Million Dollar weggeworfen habe, aber seine Emotionen...